Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem Sturm-Update hier bei wetter.net. Bereits am Dienstag haben wir davor gewarnt, da droht schwerer Sturm über Nord- und Westdeutschland in der kommenden Nacht zum Freitag. Es bleibt dabei, wir schauen auf die neueste Sturmkarte und wir sehen hier entlang der deutschen Nordseeküste zum Teil Orkanböen um die 120 bis 130 Kilometer pro Stunde. Zudem Sturmflutgefahr für die Küste von Schleswig-Holstein. Und in Schleswig-Holstein mittendrin, da auch zum Teil Böen um 110 bis 120 Kilometer pro Stunde. Später ist auch die deutsche Ostseeküste betroffen, rüber nach Meckpomm, schwere Sturmböen bis hin zu Orkanartigen Böen. Und weiter nach Süden, auch hier in Niedersachsen und besonders in Nordrhein-Westfalen, da droht Sturm um 100 bis 110 Kilometer pro Stunde. Und auch weiter südlich in Hessen, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Baden-Württemberg, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, in Berlin und Brandenburg kann es zum Teil Sturmböen geben. In den höheren Lagen auch schwere Sturmböen. Und dadurch können Äste abbrechen, Bäume umstürzen. Das heißt, wir müssen besonders hier in diesem Bereich in den kommenden Stunden bis morgen früh mit Behinderungen rechnen. Im Bahnverkehr, im Straßenverkehr, da kann, wie gesagt, mal ein Ast abgebrochen sein, auf die Straße fallen, auf die Bahnschiene fallen, einen Baum umstürzen. Das ist alles möglich in den kommenden Stunden. Und dann eben auch diese Sturmflut hier an der Küste von Schleswig-Holstein. Danach wird es kühler auf der Rückseite von diesem Sturm. Aber der Winter hat weiterhin keine Chance. Wie bereits mehrfach schon erwähnt, es wird der drittwärmste Winter werden seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor mehr als 140 Jahren. Und damit haben sich die langfristigen Wettermodelle und deren Vorhersagen bestätigt. Die hatten ja einen milden Winter vorhergesagt, einen Rekordmilden Winter. Und tatsächlich Platz drei, würde ich mal sagen, das ist ein Rekordmildwinter. Da hatten ja viele ihre Späßchen gemacht, von wegen, naja, einen milden Winter vorherzusagen ist ja keine kunsten, kalten schon. Aber warum sollten die Modelle einen kalten Winter vorhersagen, wenn sie der Überzeugung waren, es wird ein milder Winter und damit auch richtig lagen? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Wir schauen mal auf die Bilanz im Februar 2024. Bis einschließlich am 21. Februar haben wir eine mittlere Temperatur von 7,1 Grad Celsius. Und damit erleben wir aktuell den wärmsten Februar seit mehr als 140 Jahren. Im Vergleich zum alten Klimamittel liegen wir 6,8 Grad darüber. Im Vergleich zum neuen Klimamittel 5,6 Grad darüber. Und es war bisher ein richtiger Wachstumsmonat. Nicht nur sehr mild, es war auch sehr nass gewesen. 69 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Und damit ist das Monat soll jetzt schon zu 153 Prozent erfüllt worden. Aber es war auch ein sehr trüber Monat. Wenig Sonnenschein. Erst 29 Sonnenstunden. Und damit ist das Monat soll zu 38 Prozent erfüllt worden. Und um das Ganze nochmal plakativ darzustellen, gucken wir hier nochmal auf alle mittleren Temperaturen. Von allen Wintern seit 1881. Der aktuelle Winter ist hier zu finden, der rote Kringel. Und wir sehen, es gab nur zwei weitere Winter, die etwas wärmer waren als der aktuelle Winter 2023, 2024. Einige hatten ja schon gefragt, was heißt denn das für den Sommer? Warmer Winter, warmer Sommer. Da kann ich schon mal beruhigen. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Wetter im Winter und dem Wetter im Sommer. Dem Sommer ist es völlig egal, wie das Wetter im Winter gewesen ist. Und der Sommer weiß auch nichts davon, was so im Winter abgegangen ist. Aber wir schauen mal wieder auf die langfristige Wetterprognose vom CFS-Modell. Und zwar den Sommertrend 2024. Da werden wieder einige sagen, ja meine Güte, ein warmer Sommer ist doch normal, kann ich auch raten. Aber das hat ja mit Raten nichts zu tun. Die Tendenz ist nun mal da zu wärmeren Jahreszeiten. Und dementsprechend auch die Prognose für den kommenden Sommer eher mild, eher warm als kalt. Wir sehen hier in Deutschland eine Abweichung von 1 bis 2 Grad. Über dem neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Naja, was heißt denn das jetzt? 1 bis 2 Grad wärmer ist ja nicht so viel. Aber es ist schon recht viel. Es ist 1 bis 2 Grad wärmer als die mittlere Temperatur. Also gemittelt alles von Juni bis Ende August auch die Nachttemperatur mit einbezogen. Und man darf nicht vergessen, auch in einem sehr heißen, warmen Sommer kann es auch mal ein paar kalte Phasen geben. Haben wir alles im Winter erlebt. Der Winter ist ja kalt gestartet. Da dachten viele schon, oh was ein Quatsch, das wird kein Mildwinter. Und am Ende alles völlig anders gekommen. Beziehungsweise genauso, wie es die längerfristigen Wettermodelle vorhergesagt hatten. Also am Hitzesommer kann es auch durchaus mal ein paar kalte Phasen geben. Aber was heißt denn das jetzt? 1 bis 2 Grad wärmer als das neue Klimamittel 91 bis 2020. Ich habe hier mal alle Abweichungen dargestellt von allen Wintern seit 1981 und zwar im Vergleich zu diesem neuen Klimamittel und 1 bis 2 Grad wärmer. Das wäre dieser Bereich hier. Und wir sehen, da haben es bisher eher wenige Sommerreihen geschafft. Das wäre also doch schon ein sehr, sehr warmer Sommer, wenn es denn so kommen würde, wie das hier vom CFS-Modell angepeilt wird. Wir bleiben natürlich dran. Der Blick nach Kiel auf die Ensemble-Prognose bis zum 9. März. Es geht Richtung Frühling. Die mittleren Temperaturen bleiben so um die 10 Grad. Hinten raus sogar einzelne Ausreise Richtung 15 Grad. Immer wieder ist da Regen mit dabei. Perfektes Wachstumswetter. Wir schauen nach Karlsruhe, auch hier bis zum 9. März. Auch hier braucht man keine Brille, um zu erkennen, es wird langsam deutlich milder. Nach hinten raus Anfang März geht es Richtung 15-Grad-Marke. Aber es bleibt wechselhaft. Mittendrin immer wieder einzelne Regenschauer, Regenfälle. Also auch hier perfektes Wachstumswetter. Das Ganze könnt ihr live mitverfolgen für euren Ort in unserer Wetter.net-Wetter-App. Gibt es kostenlos zum Download im Google Play Store. Ja, und wir blicken mal auf die kommende Nacht. Die bleibt wechselhaft, wird aber deutlich frischer werden als die Nacht zuvor. Temperaturen 5 bis 0 Grad, stellenweise Straßenglätte. Regional ist auch mal nasser Schnee bis in tiefe Lagen. Nicht ganz ausgeschlossen. Insgesamt morgen auch deutlich frischer als heute. Da strömen hier auf der Rückseite von dem Sturmtief die kühleren Luftmassen zu uns nach Deutschland. Deswegen morgen gerade mal Temperaturen um die 7 bis 9 Grad. Bis 10 Grad wird es kaum noch reichen. Vielleicht im Südwesten so ein bisschen. Ansonsten viele Wolken, wenig Niederschlag, aber auch wenig Sonnenschein. Wir blicken auf das Wochenende. Auch da geht es relativ kühl zur Sache. Kühl im Vergleich zu den vergangenen Tagen. Ansonsten immer noch sehr mild für die Jahreszeit. 6 bis 9 Grad am Samstag. Ein Gemisch aus vielen Wolken, stellenweise etwas Sonnenschein. Dann vermehrt wieder Regenschauer am Sonntag. Zum Teil auch Graupelschauer, Graupelgewitter. Das Ganze bei Temperaturen um die 6 bis 9 Grad im Westen bis zu 12 Grad im Osten. Und wie geht es danach weiter? In der neuen Woche ziemlich durchwachsen. 4 bis 10 Grad am Montag. Viele Wolken, Regenschauer, recht windig. Und auch der Dienstag bringt keine große Wetteränderung. Schnee, Regen und Schnee oberhalb von 500 bis 600 Metern. Meist nur nasser Schnee. Große verschneiten Landschaften wird es da nicht geben. Ansonsten auch mal ein bisschen Sonnenschein nach Norden hin. Temperaturen so um die 5 bis 8 Grad. Und der weitere Wettertrend. Mittwoch, Donnerstag nächste Woche. 4 bis 10 am Mittwoch. 5 bis 11 am Donnerstag und 6 bis 12 am Freitag. Recht trocken, aber viele Wolken und eher wenig Sonnenschein. Der Blick nach Norddeutschland auf die Ensemble-Prognose bis zum 8. März. Spätwinter ist da nicht mehr zu erkennen. Wir können es kurz machen. Mittendrin immer wieder Regentemperaturen um die 10 Grad. Im Westen relativ ähnlich. So um die 10 Grad. Die Höchsttemperaturen später auch mal Richtung 15 Grad. Immer wieder ist da mal Regen mit dabei. Recht windig zeitweise. Im Osten das gleiche Spiel. Spätwinterwetter bis zum 8. März. Weit und breit nicht zu erwarten. 10 bis 13 Grad. Und immer wieder ist da etwas Regen mit im Spiel. Und auch der Süden. Der hofft vergeblich auf einen kräftigen Wintereinbruch. Einen Spätwinter nochmal für Wintersportler. Da ist einfach nicht viel zu erwarten. Temperaturen auch im Süden um die 10 Grad. Dazu immer wieder Regenschauer. Oder auch mal längere Zeit Dauerregen. Also Regenfälle. Wir schauen in die Landesmitte hinein. Auch hier nichts mit Spätwinter. Es geht so Richtung Frühling. Die nächsten 10 bis 14 Tage. 10, 11, 12 Grad mittendrin. Immer wieder auch mal etwas Regen. Apropos Regen. Wir haben eben gesehen, der Sommer könnte eher etwas zu warm ausfallen. Vielleicht auch deutlich wärmer als üblich. Was gibt denn sich da so für ein Bild beim Niederschlag? Zumindest ist kein Dürresommer in Sicht. Das zeigt hier eindeutig dieser Trend vom CFS-Modell für den Sommer 2024. Für den Zeitraum Juni, Juli und August. Die Farbe weiß dominiert. Das heißt insgesamt außerglichen Niederschlagsmengen. Nur hier im Süden so ein bisschen orange, ein bisschen trockener. Mittendrin so ein grüner Streifen. Das heißt ein bisschen nasser. Also insgesamt zumindest schon mal kein trockener Sommer, der da berechnet wird vom CFS-Modell. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Es sind wie immer nur Abschätzungen. Keine klassischen Wetterprognosen. Es sind nur Trends. Und die sagen momentan, ein sehr warmer Sommer. Und eher von den Niederschlägen ein recht ausgeglichener Sommer 2024. Ist ziemlich wahrscheinlich. Und hier nochmal eine Karte eigentlich von gestern. Keine Ahnung, warum die nochmal reingerutscht ist. Da bleibt es auch dabei. Hatten wir eben gesehen. Anfang März geht es mild weiter. Zum Teil mit zweistelligen Höchsttemperaturen. Ja, das war es vom Wetter. Passt gut auf. Vor allen Dingen heute Mittag im Westen, Nordwesten, im Norden. Auch in der kommenden Nacht. Da kann es sehr ruppig werden mit Sturm und Orkanböen. Und dann morgen etwas kühler. Das war es vom Wetter. Tschüss, bis bald.